Untertitelung des ZDF, 2020 Hans Albers bei einer Schallplattenaufnahme. Aus dieser Entfernung hier. Gut, ja, ist gut. Tag, na? Kapille, was macht ihr denn? Ach, wegen meinem Sauerkohl, ja? Das ist der Hauptdarsteller der Bade in meinem nächsten Film. Also? Fertig. Der Komponist Werner Eisbrenner dirigiert selbst. Wir haben zwar alles verloren, doch wollen wir den Schmerz überstehen. Wir haben verzweifelt geschworen, wir wollen nicht uns vergehen. Wir lassen die Hoffnung nicht trinken und glauben, es ist Regen und Leid. Was besser ist, um Tage und zu winken in einer neuen Zeit. Nur ein Dach übern Kopf und das tägliche Brot und Arbeit für unsere Ende. Dann kämpfen wir gern gegen Unglück und Not und zwingen das Schicksal zur Wende. Die Welt soll wieder stehen, in Freiheit und Frieden erstehen. Die Welt soll wieder stehen, in Freiheit und Frieden erstehen. Die Welt soll wieder stehen, in Freiheit und Frieden erstehen.